Willkommen zurück. Nach der aufreibenden Angelegenheit letztes Jahr habe ich diesen Trainingsparcours gebaut, um meine Fertigkeiten zu üben und neue zu erlernen. Um breitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF. Wenn ich meine Bestzeit unterbieten soll, heißt es zurück an den Start. Du kannst dir gerne auch den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.